Der nächste defekte PC ist am Start, hier auf dem Operationstisch von FixMyPC. Damit willkommen zu einer neuen Episode. Heute mit dabei der defekte PC vom Zuschauer Tim und auch fortan dabei mein Netzteiltester. Denn endlich werden eure Kommentare erhört, dass ich mir doch bitte mal einen Netzteiltester kaufen soll. Das habe ich nun erfolgreich gemacht. Vielleicht kommt er auch heute schon zum Einsatz. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich auf euer Kommentar geschissen habe und das einfach ignoriert habe. Nein, Hintergrund ist einfach der, dass ich in der Regel mehrere PCs, die defekt bei mir ankommen, versuche zu reparieren und das nacheinander. Also quasi heute, morgen und übermorgen. Dann habe ich drei Videos fertig vorproduziert. Drei Leute sind glücklich und dann habe ich die Videos quasi nur noch zum Schneiden und irgendwann werden sie veröffentlicht. Das bedeutet also, wenn du Video A siehst, habe ich in Video B nicht zwangsläufig direkt die Möglichkeit gehabt, diesen Netzteiltester zu testen. Und ja, ich bin auch etwas vergesslich, deswegen seht es mir nach. Aber naja, auf jeden Fall, jetzt ist er da. Ich würde sagen, wir schauen uns die Bewerbung von Tim an und dann geht's zur Bestandsaufnahme. Los geht's! Zur Bewerbung von Tim. Er schreibt, ich habe jetzt schon ein längeres Problem mit meinem PC. Es ist seit ungefähr einem Jahr, dass mein PC von sich aus einfach ausgeht, beziehungsweise einen Absturz ohne Fehlermeldung Blue Screen hat. Dabei muss ich es manuell immer neu starten. Das ist mir schon so häufig passiert, dass ich aufgehört habe zu zählen. Das ist traurig, dass das so häufig passiert. Am Anfang ist es nur beim Spielen aufgetreten, aber mittlerweile auch einfach beim Videos gucken oder bei Word. Ich habe dahingehend meinen PC schon mehrmals resettet, wodurch das Problem für kurze Zeit verschwunden war, aber nach längerer Zeit wieder aufgetreten ist. Ich habe versucht, mit etwas Hilfe von einem guten Freund das Problem zu lösen, aber nichts hat geholfen. Ich habe einen neuen Arbeitsspeicher reingepackt, wie auch ein neues Main-Mod und Netzteil. Ich glaube, das Problem liegt eher bei der Grafikkarte. Frag mich bitte nicht, um welches Modell und welchen Hersteller es sich hierbei handelt. Ich würde aber sagen, aufgrund dessen, wie das Ding aussieht und in welchem Zustand es ist, muss man einfach sagen, das Ding ist aus einer längst vergangenen Epoche. Dann schauen wir einfach mal rein, was sich hier drin so verbirgt. Oh Gott, das Netzteil sieht schon wild aus. Aber fangen wir erst mal ganz entspannt an. Wir haben hier eine Ares-Version, eine RX 580. Also Ares war mal so ein, ich sage es mal, Pendant zur Asus Strix von Asus. Das ist eine Asus-Karte. Wir haben hier unten eine 2 TB Western Digital mechanische Festplatte, einen Standard-AMD-Kühler und darunter soll auf diesem Asus-Mainboard, genau Bezeichnung finde ich jetzt gerade nicht, soll ein Ryzen 5 2600 sitzen. Und hier sehen wir noch so ein bisschen durchscheinen. Also der Arbeitsspeicher. Ja, und das hier oben, das ist irgendein Netzteil. Keine Ahnung, von welchem Hersteller. Was ich herausgefunden habe, ist, dass das Netz aus dem Jahr 2014 Januar ist, weil das ist zu abgehakt. Aber nicht, naja, welches Modell und welche Wattzahl. Sehr interessant ist halt auch die Tatsache, dass dieses Lüftergitter hier einfach fehlt. Hier oben beispielsweise fehlt eine Schraube, im unteren Bereich auch. Und das sind unterschiedliche Schrauben hier für das Mainboard zum Einsatz gekommen. Ja, was soll ich dir sagen? An dieser Stelle vielen Dank an den Sponsor des Videos, CyberGhost VPN. Kennst du das? Du willst ein Video schauen und dann ist es nicht in Deutschland verfügbar? Dann brauchst du eine VPN, die Kurzform für Virtual Private Network. CyberGhost ist ein weltweit führender Anbieter für Privatsphäre und Sicherheit im Internet mit über 38 Millionen Nutzer und dem am häufigsten auf Trustpilot empfohlenen VPN-Anbieter. Eine VPN verbirgt deine IP, verschlüsselt den Datenverkehr und leitet ihn durch einen sicheren VPN-Tunnel. Das Ganze ohne Logging. CyberGhost speichert nichts. CyberGhost entsperrt die beliebtesten Streaming-Plattformen wie Netflix, Prime, YouTube und Co., wodurch du wirklich alles sehen kannst. Damit das funktioniert, gibt es mehr als 8500 Server in 91 Ländern und die CyberGhost VPN-App funktioniert auf allen wichtigen Systemen. Windows, Mac, iOS, Android-Konsolen und mehr. Mit einem einzigen Abo kannst du bis zu sieben Geräte gleichzeitig nutzen und schützen. Mit dem Link in der Beschreibung kostet dich CyberGhost VPN monatlich nur 2,03 Euro. Du bekommst 83% Rabatt und 4 Monate gratis. Das Ganze komplett ohne Risiko und 45 Tage Geld-Zurück-Garantie inklusive 24-7 Support. Mehr Privatsphäre, Sicherheit im Internet, Zugriff auf alle Streaming-Dienste für 2 Euro im Monat. Also aus meiner Sicht ein extrem geiler Deal. Mehr dazu in der Beschreibung. So, ich habe jetzt erstmal das Nötigste angeschlossen. Ohne Betriebssystem, Medium, denn ich will erstmal wissen, ob das Ding startet, ob ich ins BIOS komme, etc. Ha, da war es wieder. Ja, ich würde sagen, ich lege Strom drauf. Wenn es gleich Boom macht, dann war es schön mit euch. Ich hoffe, Lenny findet das Material und schneidet es dann fertig. Aber ich denke, ja, wird schon funktionieren. Sagte er und es macht der Boom. Okay, let's go. Geht an. Das war schön. R, G und B. Was du jetzt gerade hörst, ist das Netzteil. Nicht nachmachen. Es ist leise, aber hier kommen hochfrequente, ja, ich würde sagen, Töne raus. Aber jetzt klingt der andere als der Lüfter, okay? Warte mal, war das eben gerade einfach locker, der Lüfter? Warte. Ah ja. Ah ja, okay. Okay, ganz wilde Nummer klar, weil dadurch, dass hier die Schrauben fehlen, die das Gitter halten, fehlen natürlich auch die Schrauben, die den Lüfter drin halten. Nicht nachmachen, bitte sowas. Bitte, lasst es. Netzteil, ganz wichtig, kann eine ganz tolle Auer machen. Niemals sowas betreiben. Bereits jetzt kommen erstmal so bei mir ein paar Fragen auf. Und zwar, Tim hatte geschrieben, er hat bereits das Netzteil getauscht, den Arbeitsspeicher getauscht und das Mainboard getauscht. Mainboard weiß ich jetzt nicht, kann ich noch nicht so sagen, aber wenn er das Netzteil getauscht hätte, dann würde ich sagen, hätte er wahrscheinlich rein von der Logik her das Neuere drinnen gelassen. Und beim Arbeitsspeicher, muss ich sagen, der ist halt genauso dreckig wie der Rest der Hardware. Weswegen ich an diesen zwei Komponenten jetzt schon Zweifel habe, dass er die wirklich getauscht hat. Vielleicht war vorher noch ganz andere Müll drin, aber von den Bildern her ist es genau so, wie er es geschildert hat. Generell sehen wir aber, der Horizon 5 2600 korrekt erkannt, BIOS Version 24.09 Arbeitsspeicher korrekt erkannt. DOCP Profile läuft auch. Das BIOS ist zum Beispiel von 2020, damit natürlich aus heutiger Sicht alt, aber es passt halt einfach zum Mainboard, wo ich auch nochmal gucken wollte, was das ist. Es handelt sich um ein B450 Plus, wie bereits erahnt, von Asus. SSD ist angeschlossen und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen mit der Standardkonfiguration im BIOS. Zwecks Bootreihenfolge, okay, das sieht schon mal komisch aus, dass er die jetzt hier nicht direkt anspricht. Vielleicht ist der CSM Mode für ein Legacy Boot Medium aktiviert. So, haben wir den an? Ja, der ist aktiviert. So, Bootoption. Er hat sie noch nicht mehr erkannt. Warum hat er sie nicht erkannt? Was ist da los? Wir haben im BIOS eben gesehen, das Laufwerk hatte er erkannt und deswegen habe ich jetzt an den gleichen SATA-Pod und SATA-Stromanschluss meine SSD angeschlossen. Eben in der Hoffnung, dass er jetzt das Medium erkennt. Ja, das hat er erkannt. Also entweder das SATA-Kabel ist in die Fritten oder der Stromanschluss ist in die Fritten. Generell hat Tim auch noch eine SATA-SSD als Betriebssystem Medium. Die hat er allerdings ausgebaut. Das finde ich richtig und wichtig. Das hat er also gut gemacht. Die SATA-SSD war jetzt hier nicht mittels Strom angeschlossen. Ich würde sagen, die ist wahrscheinlich alt und hat erstmal keine Relevanz mehr. Kleiner prüfender Blick noch einmal auf die Hardware. Ryzen 5 2606 Kerne, 12 Threads. Das sieht soweit hier in CPU-Z-File aus. Taktungen und natürlich auch Spannungen. Das Mainboard haben wir bereits gesehen und Arbeitsspeicher läuft hier beispielsweise die 16 GB mit 3000 MHz über das DOCP-Profil. Das ist fein. Und auch der Dual-Channel-Mode ist aktiv. Passt. So, die Grafikkarte RX 580 aus dem Hause Asus. Das ist eine Karte mit PCI-Express 3.0 und 16 Lanes und die läuft hier laut GPU-Z genauso, wie sie konzipiert wurde. 16 Lanes bei 3.0. Zunächst einmal läuft das System offensichtlich immer noch und ich konnte hier erfolgreich den Firestrike-Test durchlaufen lassen. Wir haben einen Gesamtscore von 12.500 und ein paar zerquetschte. Das sieht von den einzelnen Grafikpunkten für 6-Score und so weiter und so fort, sieht das soweit gut aus. Das habe ich dahingehend nochmal verifiziert mit einem früheren Ergebnis, weil sowas habe ich früher sehr häufig gebaut. Ich habe einen Ryzen 5 2600 oder 1600 AF. AF war im Grunde die gleiche CPU und eine RX 580 und habe halt hier, naja, im Grunde die gleichen Werte. Also das Gesamtscore-Ding 12.500, hier 12.487. Dann haben wir einen Graphics-Score, der liegt hier oben bei 15.000. Hier habe ich, naja, 15.000. Und der Firestrike-Score-Bereich liegt bei 15.600 und 16.500. Das ist fein. So, bei dem einzigen Run, den ich gerade durchgeführt habe, ist es so, dass die CPU maximal 52,5 Grad warm wurde. Aber es hier einen Wert gibt, der so ein bisschen aus meiner Sicht besorgniserregend ist. Selbst gerade hier im Idle-Betrieb, du siehst es hier unten, die Abweichung des Stromverbrauches. Ist dieser Wert kleiner als 100%, bedeutet es, dass das BIOS-Einstellungen verwendet, die zu einer unzureichenden Leistungsmeldung führen, sodass die CPU denkt, dass sie mit einer geringeren Leistung läuft, als sie tatsächlich ist. So, jetzt aber das wirklich Wichtige ist, kleine Abweichung von 100% zu normal. Aber wenn das Ergebnis kleiner als 90% oder größer als 110% ist, sollte es besorgniserregend sein. Es wird dringend empfohlen, weitere Details aus dem Forum sich zu beziehen. Okay, das bedeutet, jetzt gerade, also den minimalen Wert hatten wir 33%, nur das ist natürlich deutlich weniger als 100% oder 90%, die noch okay sind. Und wir haben jetzt hier gerade im Idle, haben wir mal so 105, 113, das ist auch schon viel, aber wir hatten zwischendurch eben auch schon, ja, ganz andere Werte im Idle von nur 80%. So, jetzt haben wir gerade 377%, okay, aber jetzt beispielsweise nur 73%, das ist schon wieder rot. Und das ist irgendwie komisch, könnte ja mit dem Netzteil zusammenhängen, ne? Diese 70 Grad bei der Grafikkarte sind entstanden mit dem geöffneten Seitenteil, sodass die Luft hier unten angesaugt wurde und hier oben rausbefördert wird. Aber warme Luft steigt ja, ne, laut der Physik, nach oben auf. Also irgendwann landet die warme Luft, sie wird hier seitlich rausgeschossen und ist das Seitenteil zu, landet genau diese warme Luft hier innen gegen und wird dann wieder genommen, also sehr warme Luft wird dann wieder genommen von dem CPU-Kühler, der sie nutzt, um den Prozessor zu kühlen. Der strahlt sie wieder nach unten aus und irgendwie der von den Teil kommt durch das Netz da oben raus. Das ist also vom Airflow her schon mal ziemlich bescheiden, aber anders halt in diesem System nicht realisierbar. Das Gehäuse war auch nie für eine RX 580 konzipiert, Punktende aus Megimaus. Und ja, diese 70 Grad bereits nach einem Durchlauf sind halt typisch RX 580. Willkommen in Horizon 1.0 bei Full HD und ich habe hier einfach mal so ein bisschen normale Einstellungen gesetzt, weil ich einfach mal ein bisschen wollte, was kommt denn bei so einer Konfigur heutzutage noch rum, denn ich hatte sie selber lange nicht mehr im Einsatz. Und wie wir sehen, kommen wir da so auf die 90 FPS, na gut, dann doch keine 90, denn halt nur 88, 91, 91, okay. Also sagen wir mal wahrscheinlich im Schnitt 90 FPS. Das beantwortet vielleicht auch die Frage, ob sich diese Grafikkarte zum Beispiel auf dem Gebrauchtmarkt lohnt. Ich muss sagen, mit Blick auf die Performance, natürlich auch den erhöhten Stromverbrauch, den hohen Temperaturen und einer erhöhten Lautstärke, würde ich das Ding halt nicht mehr holen. Einen Horizon 1.0 kannst du jetzt hier mit diesen Einstellungen halt noch halbwegs zocken, aber einen Horizon 2.0, was natürlich nochmal von dem Anfang her etwas höher ist und auch nicht so aus meiner Sicht ideal konfiguriert oder programmiert ist, wirst du hier halt einfach nicht mit dem Preset ausgewogen spielen können, sondern mit dem Preset einfach. Mit diesem Preset sieht Horizon 2.0 einfach schlecht aus und mit ausgewogen läuft es teilweise auch nur wie ein Sack Schrauben. Also ich würde es gebraucht mir nicht kaufen. Was ich jetzt mal mache, ist, ich lasse Sillybench R23 den 30-minütigen Stability-Test laufen. Klar, der bezieht sich jetzt nur auf die CPU, aber damit haben wir schon mal volle Last auf die CPU. Schon mal einen relativ hohen Bedarf an Strom, der hier benötigt wird. Und vielleicht geht das Ding ja nach diesen 30 Minuten oder innerhalb dieser 30 Minuten einfach aus. Denn bis dato, nach einer Stunde, kann ich den Fehler nicht finden. Der Test läuft jetzt erstmal im Hintergrund weiter. Ich wollte mir nochmal die Bewerbung anschauen. Und zwar, Tim hatte geschrieben, dass sein PC seit ungefähr einem Jahr einfach sporadisch ausgeht, ohne Fehlermeldung oder Blue Screen. Dieses Fehlverhalten haben wir schon mal gesehen hier im Verlaufe diverser Videos, dass es mal eine defekte CPU war, ein defektes Mainboard oder ein defektes Netzteil. Und dass er den PC, also Tim muss sein PC dann immer wieder neu starten, indem er ihn startet. Also nicht neu starten wie über Windows, sondern starten auf dem Knopf vorne. Er hat irgendwann aufgehört zu zählen, dann ist das Ganze noch nicht mehr aufgetreten und dann ist es wieder aufgetreten. Er hat diverse Sachen selber geprüft, getauscht, gemacht. Kann ich leider so nicht bestätigen, weil altes Netzteil, Mainboard mit BIOS von 2020. Wenn er jetzt ein anderes neues Mainboard genommen hätte, lege ich meine Hand ins Feuer dafür, dass das BIOS einfach neuer wäre. Also plus ein neuer Arbeitsspeicher sehe ich nicht, weil es ist genauso deutlich wie der Rest. Das Problem ist, ich kann diesen Fehler einfach bis dato nicht nachproduzieren, reproduzieren und das ist schwierig. Am Ende bin ich aber natürlich immer als Vorbild unterwegs und vielleicht bin ich irgendwo auch teilweise das Übervorbild und bin auch vielleicht etwas übermäßig aktiv und vielleicht auch zu aktiv in manch einer Augen. Fakt ist, als Vorbild werde ich das Netzteil tauschen. Das geht so nicht. Also ein offenes Netzteil, wo der Lüfter einfach nur so rumliegt, rausfallen könnte und man in einem dummen Zufall halt einfach vielleicht beim Tragen des PCs, wenn er offen ist, in dieses Netzteil reingreift und an die Elektronik vielleicht kommt, das ist nicht gesund. Das ist nicht zu empfehlen. Macht sowas nicht. Wenn ihr so ein Crap-Netzteil habt, weg damit. Oder es generell nicht geht und auch noch Garantie da ist, zum Verkäufer, zum Hersteller. Gib ihm. Dann das Thema, ja, Gehäuse, Enclosure, Temperaturen. Egal, was Tim irgendwie in Zukunft machen möchte, er wird mit diesem Gehäuse nicht weiterkommen. Sei es nun zwecks Kühlung, RGB, Optik, Airflow und so weiter und so fort. Das heißt, auch da, natürlich auch Grafikkarten, Upgrades oder whatever, auch da kommt er wieder an den Punkt, dass das nicht möglich ist. So, was wir hier sehen, sieht aber eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Wir haben genau 3,3 Volt auf der 3,3 Volt Schiene, 5 Volt auf der 5 Volt Schiene und auf der 12 Volt Schiene, V1 und V2 und auch minus 12 Volt, sieht das gar nicht so schlecht aus. Also 11,9, 12 und 11,7. Das sieht für mich erstmal richtig aus. Also, falls ich jetzt falsch liege und du elektrotechnisch voll was auf dem Kasten hast, schreib es gerne in die Kommentare. Dann nehme ich dein Wissen gerne an, weil Elektrotechnik, das ist nicht meins. Aber so ein Ding ablesen kann ich, glaube ich, eigentlich noch ganz gut. Abschließendes Wort zu diesem Netzteil-Tester lautet, es ist schön und gut, so einen zu haben. Gebe ich euch vollkommen recht. Der testet allerdings nur, ob jetzt beispielsweise 12 Volt, 3,3 Volt und 5 Volt auch wirklich vom Netzteil ausgegeben werden. Was er eben nicht testen kann, ist das Ganze quasi unter Belastung zu prüfen, weil dafür fehlt halt einfach die Quelle, das Medium, wo halt einfach entsprechend Last auf das Netzteil geben wird. Generell versuche ich ja so vielen Herstellern wie möglich hier eine Bildfläche zu bieten, damit sie eben ihre Produkte mal zeigen können. Und damit ich euch am Ende des Tages sagen kann, hey, dieses Produkt lohnt sich oder vielleicht gibt es dann noch so ein bisschen Potenzial für Verbesserung. Heute mit am Start ist CaseKing.de. Also der Shop für Gaming, Hardware, natürlich auch Stühlen, Perferie, Wasserkühlungskomponenten. Also ihr findet dort einfach alles und das für einen fairen Kurs. CaseKing hat hier freundlicherweise ein Fantex Bundle bereitgestellt. Mit Fantex habe ich generell, also den Produkten schon, vor vielen Jahren gearbeitet. Ich fand immer sehr cool und preis-leistungstechnisch schon richtig gut aufgestellt. Und dieses Bundle besteht aus einem Netzteil, einem Gehäuse und dem passenden Lüftern. Auch hier nochmal der Hinweis, falls ihr euch für Fantex-Produkte interessiert, ist CaseKing halt einfach die Anlaufstellung Nummer 1, weil Fantex gehört bei CaseKing zu den Premium-Herstellern. Und deswegen bekommt ihr die natürlich da zum idealen Preis. Beim Case handelt es sich um das P400A DRGB, sprich ein ATX-Tower mit schickem Sichtfenster, drei beleuchteten 120 mm Lüftern in der Front und diversen Lüftermöglichkeiten, beispielsweise oben und hinten. Du siehst es aber auch, irgendwie sieht es hinten ein bisschen leer aus und natürlich auch oben. Deswegen habe ich noch das passende Fantex Lüfter-Set dazu bestellt. Es handelt sich dabei um einen 120 mm Lüfter und zwar gleich drei Stück mit digitaler RGB-Beleuchtung, sprich ARGB 5 Volt. Und es handelt sich hierbei um die SK120 PWM Lüfter. Und damit eben dieses komische, ich nenne es einfach mal trockenen Schiene-Böllernetzteil jetzt auch mal der Geschichte angehört, gibt es hier ein 80 plus Gold 550 Watt AMP-Netzteil ebenfalls von Fantex. Und wenn ich dich jetzt schon mit diesen drei Komponenten-Zwecks Fantex getriggert habe oder du irgendwas anderes brauchst, findest du dazu einen Link in der Beschreibung. Dadurch, dass das ursprüngliche Gehäuse von Tim hat einfach Herz-Zweckskühlung keine Option geboten hat, denke ich, war das Seitenteil immer offen, denn auf der Hardware ist schon eine gute, feine Staubschicht. Denn wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen drüber gehe, kommt das nahezu schwarze PCB hervor. Das war's für heute. Das ist der aktuelle Stand. Die zusätzlichen Lüfter oben und der einen hinteren sind verbaut. Und es sind übrigens auch die gleichen, die bereits ab Werk im Gehäuse verbaut wurden seitens Phanteks. Ein Lüfter-Matching finde ich halt immer doch schon sehr wichtig, weil das aus meiner Sicht schon so eine Art Qualitätsmerkmal ist, als im Gegensatz dazu irgendwas wild zusammengestellt ist. Auch nach mehreren Firestrike-Durchläufen ist es so, das System bleibt genauso wie zuvor an. Es ist nicht ausgegangen, es funktioniert einfach und das macht mich doch auf jeden Fall sehr happy. Die Beleuchtung kommt gerade auch durch das Mesh-Element, welches gleichzeitig auch als Staubfilter fungiert, sehr gut zur Geltung. Und ich lasse das Ganze jetzt einfach mal hier so in diesem, ich nenne es einfach mal Regenbogen-Style, denn Tim kann so letztendlich die Farbe seiner Wahl selbst bestimmen, ohne dass er einmal das komplette Farbspektrum durchklicken muss. Danke nochmal an CyberGhost VPN für die Unterstützung bei diesem Video. Denk dran, wenn du dich möglichst sicher im Internet bewegen möchtest, deine Daten schützen möchtest und natürlich auch Zugriff auf alle Streaming-Plattformen erhalten möchtest, dann gibt es das Ganze für gerade mal 2,03 Euro im Monat bei CyberGhost VPN. Mehr dazu in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann natürlich noch ein Däumchen geben und abonnieren, Glock aktivieren. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann bis neulich ganz genau und ciao.